Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 26.620 US-Dollar, weiterhin deutlicher Abverkauf, der sich mittlerweile ein bisschen abgeschwächt hat trotzdem. Wir haben ein tieferes Tief gebildet, wir haben die Liquidität unter unserem WIG, über den wir gestern gesprochen haben, mittlerweile geholt. Ob ich jetzt mittlerweile in der Long-Position bin, wie auch genauso bei Ethereum, ob ich da eine Long-Position eröffnet habe, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Außerdem, wo ist möglicherweise unser Zielbereich, wo können wir theoretisch jetzt mal eine Trendwende erleben. Es ist Freitag, Wochenende steht vor der Tür. Bin ich auch mal selber gespannt, was heute noch so ansteht. Gestern die EPI-Daten waren einigermaßen gut, also ich glaube sogar ein bisschen besser als erwartet. Arbeitslosenzahlen auch besser für uns, also es sind mehr Arbeitslose wiederum gemeldet worden. Also die Zahlen sprechen momentan zumindest erst einmal für uns, aber für Bitcoin hat das erst einmal wenig bedeutet. Wir haben unseren ganzen Meme-Hub, auch da gehen wir ganz kurz nochmal drauf ein, was das da möglicherweise noch für uns zu bedeuten hat. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinkommen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und alles komplett for free. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Also wie gesagt, momentan mal ungefähr 26.600 US-Dollar. Ihr seht, wir haben diesen Week, über den wir gestern gesprochen haben, hier bei den 26.800 US-Dollar, erst einmal abgefischt. Das heißt für mich, die Long-Position wurde jetzt erst einmal getriggert. Ich bin gestern nicht mehr dazugekommen, das irgendwie noch in die Telegram-Gruppe reinzuschreiben. Ich war gestern einfach nur unterwegs. Also ich bin in einem Trade drin. Jeder, der den jetzt vielleicht noch eröffnen möchte, hat einen besseren Entry als ich jetzt erst einmal so nebenbei. Stop-Loss habe ich unter die grüne Box erst einmal bei 26.150 US-Dollar gelegt. Warum? Wie gesagt, wenn das jetzt ein bisschen laden würde, so perfekt. Wir haben ja die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, okay, die Liquidität liegt tiefer. Vor allem in diesem Bereich hier bei den 26.600, 26.500 US-Dollar. Und die hat sich Bitcoin jetzt erst einmal komplett geholt. Die 26.500, das war so diese Zone, wo ich ja gestern und die letzten Tage immer wieder gesagt habe, okay, dort drunter liegen die Stop-Losses und wir haben eben genau diesen Bereich 26.502 US-Dollar jetzt erst einmal gefischt. Das war für mich jetzt der Grund, okay, ich gehe vorher schon rein, weil es hätte genauso wieder sein können, okay, wir holen uns diesen Bereich eben nicht. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt die ganze Seitwärtsphase, die wir hier über Wochen, man kann schon fast sagen, seit Monaten haben hier wirklich jetzt mal aufgelöst. Die ganze Zeit, wo gar keine Liquidität im Markt war, die wurde jetzt im Endeffekt aufgelöst. Die Stop-Losses wurden ja auch ausgelöst im Endeffekt. Und deswegen war das jetzt für mich der Grund, okay, ich werde jetzt hier erst einmal eine Long-Position versuchen. Hoffe jetzt auch, dass das jetzt hier zumindest vorläufig erst einmal der Boden ist und wir jetzt erst einmal so ein kleines Reversal heute am Freitag sehen. Dollar war die letzten Tage ja immer ein bisschen schwach unterwegs. Aber ganz ehrlich, ich erwarte hier, oder erwarte ich jetzt schon seit einer Woche, habe ich ja auch schon im Wochenausblick darüber gesprochen, dass ich hier früher oder später jetzt mal ein Reversal erwarte und das haben wir jetzt auch erst einmal bekommen. Das könnte natürlich Bitcoin weiter nochmal ein bisschen unter Druck setzen. Aber für mich Dollar, sobald wir hier oben nach oben hin ausbrechen, über die 102 US-Dollar-Marke ist halt die 103 auch nicht mehr weit entfernt. Das ist einfach das Szenario, wo wir schon die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen haben. Und das könnte, wie gesagt, das einzige Zünglein an der Waage sein, warum Bitcoin theoretisch noch ein bisschen tiefer fallen könnte. Ansonsten ziehen wir mal wieder unser altbekanntes FIP-Level. Wo könnte im Endeffekt jetzt, sage ich mal, diese Gegenkorrektur, die ich jetzt im Laufe des Tages erwarte, eintreten? Erster Ankerpunkt wären hier ungefähr die 27.600 US-Dollar. Würde auch so dieses letzte Hoch hier im Endeffekt mit dazunehmen. Sollten wir da drüber kommen, sollte sich die Marktlage auch wiederum ein bisschen beruhigen. Das Einzige, was wir einfach momentan einfach noch sehen, ist, dass die Liquidität in andere Bereiche fliegt. Wir hatten letzte Woche den Paper-Hype. Das habe ich gestern in der Telegram-Gruppe. Ich habe euch ja auch letzte Woche schon mal den Spongetoken vorgestellt. Mittlerweile ist das Ding dann auch bei Bitcat. Gate.io wird es heute gelistet. Maxi wurde es schon gelistet. Also das heißt, die Börsen sind auch voll auf diesen Meme-Train aufgestiegen. Bitte, ich kann es euch nur raten. Ich habe es euch ja in einem Video schon vor knapp einer Woche gesagt. Bitte seid da vorsichtig. Investiert da vielleicht nur 50, 100 Dollar. Einfach irgendwas zum Verzocken. Mehr ist es auch nicht. Gambling. Und versucht euren Einsatz dann so schnell wie möglich hier wieder rauszumachen. Aber das ist halt einfach alles Liquidität. Die Bitcoin fehlt. Ich meine, Paper hatte 1,3 Milliarden Market Cap. SpongeBob oder Sponge ist meines Erachtens noch ein bisschen bekannter. Wer weiß, was da noch kommt, könnte natürlich Bitcoin wieder ordentlich unter Druck setzen. Beziehungsweise einfach, dass die Liquidität für einen Pump uns hier einfach momentan fehlt. Aber das erste Gute war, okay, wir haben die 26.500 US-Dollar rausgenommen. Jetzt kann es von mir aus, sollte dieses Level halten. Also wichtig ist, dass ungefähr die 26.200 US-Dollar-Mark erhält. Sollte die nicht halten, dann werden wir safe wahrscheinlich die 25.200 US-Dollar oder sogar die 24.000 US-Dollar-Mark gesehen. Dort wartet das Golden Pocket auf uns. Wir haben schon öfters oder die letzten Monate immer wieder darüber gesprochen. Okay, das Golden Pocket ist einfach so dieser Ankerpunkt, wo ich mir vorstellen könnte, okay, Max Payne Level erst einmal sollten wir dann hier auch durchfallen. Okay, dann müssen wir uns andere Gedanken machen. Aber das ist momentan unser ultimativer Support. Also heißt für heute, sollte die 26.200-Marke erst einmal halten, bleibe ich erst einmal zumindest kurzfristig bullish. Vielleicht über das Wochenende, so eine kleine Erholung. Und dann schauen wir uns nächste Woche das nochmal ein bisschen genauer an. An einem 1-Stunden-Chart haben wir übrigens auch so eine kleine Bullish-Divergence. Aber wie gesagt, da sollte man nicht zu scharf drauf sein und nur nach einer Bullish-Divergence handeln. So, dann gehen wir zu Ethereum runter. Hat im ersten Punkt meine auch Long abgeholt. Das war hier am tieferen Tief, wo wir gestern darüber gesprochen haben. Hier die Marke von 1785 US-Dollar. Hat er auch erst eine kleine Gegenreaktion gezeigt. Deswegen bin ich auch hier in die Long-Position reingegangen. Dadurch, dass Bitcoin sich aber dann auch noch den Wig geholt hat, war halt eben jetzt nicht mehr doch so geil. Und wir sind nochmal ein bisschen tiefer runtergegangen, bis auf ungefähr 1754. Stop-Loss, seht ihr hier schon, liegt bei ungefähr 1744. Also auch hier knapp vorbeigeschrammt an der Liquidation. Aber auch hier haben wir auch drüber gesprochen. Das ist so unser letzter Support, sage ich jetzt erst einmal hier. Das war wichtig, die 1750 rum. Wir hatten hier noch so eine kleine Ineffizienz. Sollten wir jetzt da auch noch drunter fallen, dann sehe ich echt schwarz. Und dann kann es echt Richtung 1670 US-Dollar, beziehungsweise der erste Halt, werden dann die 1700 US-Dollar nochmal runterfallen. Aber die Chance, auch hier in Reversal zu sehen, ist meines Erachtens nach relativ hoch. Auch hier zumindest kleine Bullish Divergence auf einen 1-Stunden-Timeframe. Die uns zumindest kurzfristig jetzt erst einmal ein bisschen Erholung geben könnte. Das wollte ich jetzt nicht machen. Zurück. So. Und auch hier ziehen wir uns jetzt einfach mal das FIP-Level. Also an sich, der Weg hat schon gepasst, die Idee dahinter. Deswegen auch der Long. Und wie gesagt, Ineffizienzen, Stop-Losses gehittet. Und für mich wird es jetzt wichtig sein, schauen wir uns mal hier jetzt ganz kurz das FIP-Level dazu an. Von unserem Abverkaufslevel bis zum Low wäre auch hier im Endeffekt das Level 1835 US-Dollar. Dort oben, letzter Wig nach oben in diese Zone. Das heißt, hier drüber liegt auch eine Menge Liquidität. Jetzt sollten wir uns die abfischen können. Wäre es gut, mit einem 4-Stunden-Close über dem Golden Pocket zu schließen. Und dann auch wirklich ein Reversal zu starten. Volumentechnisch auch hier sehr, sehr wenig, muss man sagen, was hier im Chart im Endeffekt funktioniert. Sehr, sehr wenig Abverkaufsvolumen die letzten Tage. Klar, wir haben hier diesen Volumenspike gesehen. Darüber haben wir aber schon gesprochen. Der wurde jetzt gefischt und ist sogar noch ein bisschen tiefer gegangen. War im Endeffekt auch der Plan. Aber an sich so riesiges Abverkaufsvolumen haben wir hier einfach noch nicht. Deswegen müssen wir uns auch erst einmal keine Gedanken machen. Ist eine kleine Korrektur meines Erachtens nach. Daran müssen wir uns wieder gewöhnen. Sollten wir jemals wieder in einen Bullenmarkt kommen. Wie gesagt, wir sind immer noch nicht in einem Bullenmarkt. Sollte allen bewusst sein, solange Bitcoin nicht die 32.400 US-Dollar-Marke knackt. Ja, das ist jetzt erstmal der Plan. Also wie gesagt, Bitcoin, Ethereum bin ich jetzt erst einmal long. Die XY warte ich noch ein bisschen ab, also US-Dollar long zu eröffnen. Ob wir nochmal so ein kleines Reversal kriegen. Und ich habe es ja gestern schon in der Telegram-Gruppe dazu gesagt. Wer das Tesla-Video angeschaut hat, auch hier habe ich jetzt wieder ein bisschen den Blick. Wir haben damals 7E-Gap hier auf den Dollar genau abgeholt. Also perfekt, vielleicht hat irgendjemand das Spot gekauft oder das Video geguckt. Die Resonanz war ja damals relativ gut. Glückwunsch an die. Wie gesagt, trade-technisch leider verpasst. Aber ich hoffe jetzt hier nochmal auf so ein kleines Reversal, dass wir dann hier im Endeffekt die Gesamtbewegung nach oben mitnehmen können. Am Wochenende werde ich mir dann auch mal Paypal angucken, weil ich da selber sehr, sehr interessiert bin. Schauen wir uns das einfach mal ein bisschen genauer an. Gut, dann noch ganz kurz rüber zu den News Relay App. Die Schweizer, das Schweizer Startup für Bitcoin-Käufe. Habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Sehr, sehr gute Plattform, um regelmäßig Bitcoin zu kaufen. Ich persönlich bin ja eher so Pocket-Bitcoin-Fan. Aber muss jeder selber wissen, sind beide Top-Plattformen. Könnt ihr euch auch gerne mal das Video anschauen, wo ich wie Bitcoin kaufen oder wie am günstigsten Bitcoin kaufen, hieß das Video, glaube ich. Schaut es euch gerne an, lest euch den Artikel gerne durch. Ich würde sagen, das war es dann wiederum von meiner Seite. Wir hören uns dann auf jeden Fall. Ja, XRP werde ich heute nicht schaffen. Morgen dann wahrscheinlich. Vielleicht lade ich dann morgen XRP und Wochenausblick noch hoch. Auf jeden Fall war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende schon mal rein. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns in der Telegram-Gruppe wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.